Karriere. Also ich glaube für mich bedeutet Karriere, wenn ich einfach am Schluss alles erreicht habe, was ich mir so vorgenommen habe. Ja, für mich ist Karriere auch, wenn ich mir viele Ziele gesetzt habe und ich die auch erreiche und mit mir dieses Ziel mehrere Leute gehen können und ich meine Familie und meine Freunde damit dann nicht im Stich lasse. Das war eine riesen Chance. Also da kommt es auf den Song Contest und haben die glaube ich alle schon verfolgt und haben uns gefreut, dass Juli gewonnen haben und wir wollen das natürlich auch schaffen, uns den Titel holen und ich glaube, das ist echt einfach eine tolle Sache und ich finde auch gut, dass es mal was Neues gibt. Ich wollte gerade sagen, im Liegestuhl sitzen. Aber das ist ja schon noch ein bisschen zu früh. Ich weiß nicht. Ich denke noch nicht, ich denke immer noch gar nicht so weit, weil ich finde es eigentlich sinnlos. Ich lebe in der Gegenwart so und es ist auch alles gut so und mal gucken, was in 15 Jahren ist. Ich bin gespannt drauf. Ich hoffe, dass ich in 15 Jahren glücklich bin, einfach so wie jetzt und ja mal gucken, was die Zeit so bringt, aber hoffentlich glücklich sein. Ja, ich hoffe auch, dass ich einfach alle meine Ziele, die ich bis dahin hatte, erfüllt habe und dass ich vielleicht neue habe und dass ich vielleicht, wenn ich so ein paarunddreißig bin, dass ich dann vielleicht schon Kinder habe und ja eigentlich im Prinzip dasselbe, dass ich dann nicht irgendwie so zurückschaue, was ich schon gemacht habe in der Zeit und dann denke, Boah, Kacke, was habe ich denn da gemacht? Sondern dass ich eher denke, geil war es. Ich bin gespannt drauf.